Seit dem 14. Oktober des Vorjahres fehlte von Christa P. jede Spur. Sie war damals in einem Lokal im Linzer Süden, hat danach bei einem Bekannten übernachtet. Dort soll sie in der Früh die Wohnung verlassen haben, seitdem war sie verschwunden, bis jetzt. Nach einer Befragung im Drogenmilieu gestand der 43-Jährige, bei dem sie damals übernachtet hatte, dass er die Frau in einem Waldstück verscharrt habe. Er hatte bereits davor einem Bekannten von der Tat erzählt, erleichterte er in der Befragung sein Gewissen. Laut Staatsanwaltschaft wurde Christa P. aber nicht ermordet, es dürfte sich um einen Drogen- oder Alkoholunfall gehandelt haben. Nachdem der Tatverdächtige das mitbekommen hatte, soll er mehrere Bekannte angerufen und sie um Rat gebeten haben. Schließlich soll er sie alleine in einem nahegelegenen Wald- bzw. Wiesengebiet verscharrt haben, bestätigt die Staatsanwaltschaft Linz die Krone-Informationen. Der 43-Jährige führte die Ermittler zu der Stelle, wo er sie begraben hatte. Ermittelt wird seitens der Staatsanwaltschaft wegen Imstichlassens eines Verletzten und wegen Störung der Totenruhe. Eine Obduktion wurde angeordnet, soll in den kommenden Tagen Klarheit schaffen. Die Leiche wurde vorerst von Angehörigen aufgrund von Kleidung und persönlichen Gegenständen identifiziert. Der Tatverdächtige ist auf freiem Fuß.